Musik 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 Ueli, ich sage dir, das ist das erste Mal in 30 Jahren in dieser Zeitstube, die ich für die österreichische Schicht machen muss. Anscheinend personelle Probleme haben. Ich kenne diese personellen Probleme. Ja? Ja, keine Kölle haben sie. Wie ein Schluckis. Ein Schluckis. Keine Kölle. Du hättest alles. Ja. Ja. Ich weiss nicht, ich komme mir vor, als eine kleine in dieser Uniform. Ich finde das wirklich, ich finde das Goldbeschluckli ist ganz hübsch. Du bist aber schon einer von Leuten. Ich meine, ich bin auch ein Eidgenosse, so wie du. Es ist nicht immer drin, was draufsteht. Das ist nicht wahr. Ja, ja, ja. Ja, auf alle Fälle. Ich kann dir schon sagen, wieso die personelle Probleme. Schau mal. Ja. Keine Kohle. Cash ist dort dran. In diesem Staat. Aber andererseits ist es auch nicht schlecht, neben einem Drittweltplan zu leben. Schau mal. Ja, ja, ja. Ja, du, jedes Wochenende fahre ich mit meiner Frau, weiss, Främeli. Da schnappe ich mir den Hans-Rüdi Junior das Große runter. Und dann fahren wir da rüber. nach dem Zeitpunkt umgegangen, sagen wir das. Dann fahren wir rüber. Und dann laden wir die Kerner in deiner Peligleiter runter. Das ist doch voll. Ich würde mal sagen, man sieht kaum drüber. Und weisst du, was das Beste ist? Nein. Das Beste ist, das Beste ist die ganze Mehrwertsteuer. Du kriegst doch keine Kohle haben. Aber ich kann letztes Wochenende bin ich auch mit meiner Freundin ja, 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 du, 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 du. Ein Mercedes hat. E-Klasse. E-Klasse. Österreicher Nummer. Verdächtig. Ja, du bist so Verdächtiger schon Mercedes. Es gibt die Fahne, da schiebt so viel rum. Wer für uns zwei hat über 20 Jahre Erfahrung? Du oder ich? Natürlich du. Also, ich erkenne ein Verbrechen auf 1200 Meter. Und das in eineinhalb Kilometern. So, den nehmen wir auseinander. Nimm die Handkurke mit. Nimm die Handkurke mit. Ruf mal den. 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 Mach ich drüllen. Külla. Ausweis. Aha. Der Bandiköck. Das klingt ja mal auch nicht österreichisch. Ich finde das ist ganz eine normale Nacht, Ich lasse dich mittlerweile in jeder Tublinge, he? Herr Keck! Wo gehen wir hin in der Schweiz vor? Geh einkaufen! Hast du gehört? Besserst du verdächtig? Ich könne meine Schätzchen wie schwarz sein, he? Du, Personalkontrolle, ich schenke den Karren. Echt, ich bin in der Himmelherrnisch gut. Mach ich auch gleich. Wird sie wohl? Aha! Ein gewisser Herr. Sie, Herr Keck! K-O-I-C-H! Wer hier in der Schweiz zeigt, das ist ja gleich die Sache, den Femm-Riff und den Pimmelrennen. Haben wir jetzt? Aha! Ihr dämmet umgehet wechsle! Aha! Und jetzt ganz langsam ihre Hände auflegt! Aha! 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 Mama! Hey, hey, mein Koch ist Ihr in Österreich! Ich könnte den Teppidinen, gell? Sieh der Schaffer bei der Posten! Aha! Aha! Nein! Nein, mein Gehirn nicht! Jawoll! Jawoll! Höflich bleiben! Wohl laufen, oh! Jawoll! Alles in Ordnung. Ja, aber der Öer ist kurissen,